Angriffe auf unsere Demokratie gehen uns alle an. Deswegen sehen wir nicht tatenlos zu, wenn Amtsträgerinnen, Wahlkämpfer oder Ehrenamtliche brutal angegriffen werden. Wenn Wahlplakate für die Europawahl zerstört werden. Eine Antwort, die jede und jeder von uns geben kann, ist ganz einfach. Wählen gehen. Am 9. Juni ist Europawahl, schon jetzt beginnt die Briefwahl. Erstmals können in Deutschland übrigens auch die 16- und 17-Jährigen abstimmen. Meine Bitte auch an Sie und Euch, macht mit! Unser vereintes Europa ist zu kostbar, um es denen zu überlassen, die es kaputt machen wollen. Manche Populisten fordern, dass Deutschland aus der Europäischen Union austritt. Andere sehen Putins, Russlands oder Xi Jinping's China als Vorbilder für Europa. Und wieder andere wollen die EU rückabwickeln. Was für ein selbstzerstörerischer Wahnsinn. Europa und die Europäische Einigung sichern unseren Wohlstand und unsere Zukunft. Jeder vierte Arbeitsplatz bei uns in Deutschland hängt am Export. Mehr als die Hälfte unserer Ausfuhren geht in andere EU-Länder. Experten sagen, ohne die Europäische Union hätte jede und jeder Einzelne von uns über 1000 Euro weniger im Jahr. Von den politischen Kosten ganz zu schweigen. In einer Welt mit acht, bald zehn Milliarden Menschen, sind 84 Millionen Deutsche ziemlich wenig. Eine EU mit 450 Millionen Bürgerinnen und Bürgern hat da ein ganz anderes Gewicht. Das ist entscheidend in unsicheren Zeiten wie diese. Acht Autostunden von hier führt Putin einen brutalen Eroberungskrieg mitten in Europa. Und keiner kann heute sicher sagen, wer im November in den USA die Präsidentschaftswahlen gewinnt und was daraus für uns in Europa folgt. Wie verantwortungslos muss man sein, in solchen Zeiten unser vereintes Europa in Frage zu stellen? Unser vereintes Europa, das gerade erst die wichtigste Reform seiner Migrationspolitik seit Jahrzehnten beschlossen hat. Effektive Grenzkontrollen und mehr Solidarität untereinander. Unser vereintes Europa, das geschlossen die Ukraine unterstützt, damit auf unserem Kontinent bald wieder gerechter Frieden herrscht. Unser vereintes Europa, das in der Pandemie mit vereinten Kräften den wirtschaftlichen Zusammenbruch abgewendet hat. Unser vereintes Europa, in dem wir uns in der Energiekrise untergehakt und unterstützt haben. Unser vereintes Europa, das als erster Kontinent überhaupt die Weichen gestellt hat in Richtung Klimaneutralität. Unser vereintes Europa, das soziale Sicherheit, Bildung und Gesundheitsversorgung garantiert wie keine andere Region auf der Welt. Das alles steht auf dem Spiel, wenn das vereinte Europa auf dem Spiel steht. Frankreichs Präsident Macron, mein Freund Emmanuel, hat vor einigen Tagen an der Pariser Sorbonne-Universität eine wichtige Rede gehalten. Er sagt, unsere europäische Zukunft und die Zukunft Frankreichs hängen per Definition untrennbar zusammen. Was Emmanuel Macron da ausspricht, das gilt nicht nur für Frankreich. Das gilt für jedes Land in Europa und ganz sicher für Deutschland. Das vereinte Europa ist unsere wichtigste nationale Aufgabe. Wir brauchen Europa, wenn wir Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat verteidigen wollen in dieser Welt. Und wir brauchen Europa, um unseren Wohlstand auch für die Zukunft zu sichern.